Die Top 3 Tipps für die mündliche Abiturprüfung in Englisch. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Heute herzlich willkommen zum Video mit dem Fach Englisch in der mündlichen Abiturprüfung und damit auch gleich direkt in den allerersten Tipp und das ist der Tipp, den ich in Bezug auf jede Sprache immer gebe. Egal ob das eine mündliche Abiturprüfung ist, ob das nur ein Test ist, ob das eine Abfrage ist, ob das eine normale Klausur ist, egal was es ist, umgib dich vollkommen mit der Sprache. Das ist einfach das Allerallerwichtigste und damit meine ich nicht nur dieses klassische Joa, ich schau mal eine Serie auf Englisch, weil ganz ehrlich, es bringt dir nichts, eine Serie auf Englisch zu schauen, anstatt zu lernen. Lieber lernst du, anstatt eine Serie auf Englisch zu schauen. Ja, aber wenn du die Serie sowieso schaust, dann schau sie auf Englisch statt auf Deutsch. Aber da endet das Ganze ja nicht, ja. Es geht darum, dass du anfängst zum Beispiel dein Handy von den Einstellungen her komplett auf Englisch zu stellen. Dass du, wenn du zum Beispiel andere Mitschüler oder vielleicht auch beste Freunde hast, die auch Englisch mündlich machen, dass ihr vielleicht in der Zeit bis zu der Prüfung eben nur noch auf Englisch kommuniziert, dass du dir die YouTube-Videos nur noch auf Englisch anschaust. Ist jetzt bei meinen schwierig, weißt, aber wenn du andere Channels anschaust, dann bevorzuge lieber die englischen Kanäle. Du kannst zum Beispiel auch bei meinen Videos vielleicht auch englische Untertitel dazu packen, ja. Dass du zum Beispiel weißt, okay, wie wäre es überhaupt auf Englisch übersetzt. Egal was es ist, wenn du eine Notiz machst, mach es auf Englisch, versuch auf Englisch zu denken. Ich sage immer, so lange, bis du wirklich dann auch auf Englisch träumst. Du wirst so stark drin sein, dass es für dich überhaupt nicht mehr schwierig ist, dich im Englischen auszudrücken, weil es schon so natürlich geworden ist, weil du die ganzen Tage und Wochen davor nur mit Englisch umgeben warst, damit du dann in der Sprache auch wirklich sicher bist. Zweitens, Aussprache optimieren. Meistens geht es ja, bevor wir dann die mündliche Abiturprüfung in Englisch haben, in Englisch eigentlich nur um das Schriftliche. Natürlich gilt es in der Mitarbeit auch viel, aber da gewöhnt sich der Lehrer irgendwie auch relativ schnell an deine Aussprache und nimmt das dann halt als Standard oder als gegeben an und dann geht es hauptsächlich noch um die inhaltlichen Sachen. Außer du wirst jetzt auf 14 oder 15 Punkte kommen, dann spielt da natürlich nochmal die Aussprache auch eine sehr starke Rolle. Aber gerade in der mündlichen Abiturprüfung ist es einfach wichtig, dass du auch die Aussprache sehr gut beherrschst. Das heißt, auch wenn es bisher vielleicht nicht so den hohen Wert hatte oder du einfach nicht so sehr den Fokus darauf gelegt hast, würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du jetzt einfach wirklich schaust, nicht nur, dass du inhaltlich sehr sehr gut darschließt, sondern wirklich auch deine Aussprache sehr gut machst. Das kannst du entweder zum Beispiel mit dem Lehrer machen, ja indem du zum Beispiel mit ihm nochmal Rücksprache hältst und dir fragst, hey, was würden sie denn eigentlich empfehlen, was kann ich an meiner Aussprache verbessern oder du fragst jemand anderen, der sehr sehr gut in Englisch ist oder du nimmst natürlich dich selbst auch einfach auf, zum Beispiel nimmst einfach ein Handy, ich habe es gerade meins nicht da, aber nimmst dein Handy, sprichst einfach was ein und hörst es dir selbst an, und du stellst dir die Frage, hm, was klingt daran vielleicht noch ein bisschen deutsch, ja, oder nicht so wirklich natürlich und dann, dass du das einfach auch mit dem Sprechen übst zu verbessern, damit du dann auch in der mündlichen Prüfung da einen möglichst guten Eindruck machst. Drittens, intensive Themenauseinandersetzung. Manchmal hat man ja in Englisch so das Gefühl, dass die Themen, die man da eben inhaltlich lernen sollen, mehr so als, ja, Substanz dienen sollen. Das heißt, nachdem man halt über irgendwas im Englischen sprechen muss, damit man bewerten kann, wie gut die Person Englisch kann, braucht es halt irgendein Thema, über das wir sprechen können. Und das ist sicherlich gewissermaßen so, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass du dich in den Themen sehr gut auskennst. Zum einen natürlich, damit du dich mit den ganzen Vokabeln auch schon vertraut machst und dich dann dementsprechend auch innerhalb der Themen sehr gut ausdrücken kannst, ausdrücken kannst. Aber gerade auch, wenn es einfach nur darum geht, eine möglichst gute Note zu bekommen, ist auch wichtig, dass du dich inhaltlich super gut auskennst, ja. Dass du wirklich einfach vielleicht zum Thema Gun Control verschiedene Meinungen hast, dass du die positiven, wie auch die negativen Aspekte kennst, dass du zu Globalization was sagen kannst, zu was auch immer es ist, dass du verschiedene Perspektiven einnimmst, all solche Themen, deswegen seht das nicht als so ein, oh ja, muss ich halt ein bisschen was dazu erzählen, sondern nehmt das wirklich so, als wäre das Geschichte oder Bio oder was auch immer und ihr würdet einfach wirklich auch auf das Inhaltliche geprüft, denn ihr werdet auch auf das Inhaltliche geprüft. Es geht nicht nur darum, wie gut du Englisch sprichst, sondern auch, was du eben an Informationen rüberbringst. Deswegen nehmt das ernst, setzt euch da auch intensiv auseinander und nehmt das nicht auf die leichte Schulter im Sinne von, ah ja, kann ich eh irgendwas dazu sagen, weil mit irgendwas kriegst du halt vielleicht nicht die Note, die du dir gerne wünschen würdest. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beisehen uns im nächsten Video. Dein Leo.